Und das erwartet euch diese Woche auf Pferdezentrum TV. Es wird vielseitig. Bereiter Michael Spörg stellt sich vor. Mein Name ist Michael Spörg. Ich bin stattdlich geprüfter Instruktor von Heidem. Also lasst euch überraschen, was uns Maik zu erzählen hat. Seid live dabei zur Videopremiere am Freitag um 15.30 Uhr auf YouTube. Uns würde es auch riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben down ist, unsere Videos kommentiert oder unseren Kanal abonniert. Bis bald!